So, wir sind hier eben in Liyue, wie immer die Stadt heisst Chinatown, und wir haben jetzt hier noch eine Aufgabe, wo wir ja letztes Mal noch Affen verfolgen haben, aber wir haben gesagt, wir machen es jetzt, und darum, ja, los geht's. Ein Buch. Und wird Kamanan geflogen. Ja, zurecht. Ich passe hier sehr viel Spreid. Ich gehe Statistiken fälschen oder mit unguten Quellen für Vollständige. Hallo Kinder. Okay. 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 Ja, das ist auch gut. Immer alles aufschreiben, nachher vergisst ihr, wo der Zettel ist. Klassiker. Das hat sie sich in zwei Null. Ah, es. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir ihr die falsche Amtour gegeben hätten? Ah, haben wir jetzt eine Mission freigeschaltet? Oder einen Auftrag, oder wie auch immer. Das machen wir später, denn wir können noch mal den, der Neue nachlesen. Ja. 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 Bücher, Bücher, Weizen, und was soll das sein? Stuff. Free Stuff. Wir raten Grenzen. Was sinds da? Was sinds da? during a while. Was ist das? So, der ist ein Khaier. So, der ist ein Khaier. So, der ist ein Khaier. Ach, kläb, ach kläb. Hohoho, du bist so kai. Kastikataa, kastikataa. Ah, der Hype. So, Hund. Passt da. So. Ah, haben wir's geschafft. Und wir können jetzt noch ein bisschen zurück nach Leyen. Leyen, Leyen. Leyen, Leyen. Leyen, Leyen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen noch einige Abenteurer-Stufen abholen. Kräme. Ah, stimmt. Wir haben ja noch. Okay. Wir haben ja noch. So. Erkundung, genau. Haben wir voll vergessen. Ganz ehrlich. Das ist eigentlich am besten. Aber wir haben das Limit von 2. Okay. Ziemlich sicher, dass wir das noch erhöhen können in Zukunft. Ah, und jetzt noch Abenteurer-Stufen verloren. Ah, haben wir noch mal einen. Nein. Hä? Hä? Hat die Dank zu mir. Oder Gämpfer. Müsst'n da? Schülig. Schülig. Müsst'n da? Oh. Ich lasse. Kat, fallsch. Ei. Ja, top. 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 Ich habe das schon mal in der Person. Ah, das ist ein SMS. Okay, ich kann nicht sagen, es sagt mir nichts. und ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, ich kann nicht. Jetzt ist die Nacht etwas Interessantes, das sieht nicht so aus, ok dann können wir nicht weiter. Jetzt ist die Nacht etwas Interessantes, das ist die Nacht etwas Interessantes, das ist die Nacht und das ist die Nacht. Untertitelung des ZDF, 2020 So, man kann dafür wissen, wie sie sammeln. So, man kann dafür wissen, wie sie hier sind. So, man kann dafür wissen, wie sie hier sind. So, man kann dafür wissen, wie sie hier sind. Okay. 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 Okay, der hemmert es. Bye bye. I'll catch up. Someone needs assistance. I'll catch up. 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 Das macht nicht, sonst ist es noch gut. Figuren-EP ist doch gut. Wie machen wir den? Oh Mann, sie hat sein Meister verdient. Warte, wie viel kann man da verdienen? Wie geht es denn? 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 7 8 8 8 10 8 10 9 10 10 11 10 11 11 11 11 14 15 15 20 18 Ja, Pocken ist grundsätzlich immer gut halt. Ja, Pocken ist es gut. Ich muss keine Stöhne geblieben. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. 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 Okay. 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 Ah, ausgibig. Das Wetter ist halt nicht das Beste. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist oder ob das so sein sollte. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. 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 Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. 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 Ich weiss nicht. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Wir versuchen, das Zufall gibt es ein James. Deshalb schreiente Verletzungen. Ich weiss nicht, ob das Zufall ist. Ich weiss nicht. Ich habe mir die Masse nicht gespeichert. Das geht zurück in die Wache. Das geht zurück in die Wache. Auch bei den Bossen ist es immer so, wir müssen sie ein bisschen checken, wie sie angreifen und was sie so für eine Attacke haben. Und wenn man das ein bisschen hat, kommt man ihnen viel besser zu sehen. Das wäre der kritische. Das geht zurück. Das geht zurück. Das geilste ist, dass ich mich mit dieser Figur recht gut heilen kann. Nicht 100%, aber so ein bisschen. Das heißt, ich muss sich mit meiner Fähigkeit ein bisschen reinhauen. Das geht zurück. 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 Ha ha Oh. 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 This is just a strong. Oh. Oh. Los geht's! Let's dance! Let's dance! Ah! Fuck! Ah! 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 Ohoho! Ich habe eine knappe Sache gesehen! Und man denkt, dass alle unsere wichtigen Fugelrechte hier sind, ausser sie jetzt! Ah! Wir haben doch noch etwas geschafft! Doch nicht ganz weiss! Also! Zurück! Nach Mondstadt! Und dann wollen wir den auch noch verfolgen! Ja! 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 Das haben wir uns eigentlich markiert! Da haben wir das geschafft jetzt! Dann geht's in diesem Fall ab nach Hause! Nein! Falsch gedacht! Steht wieder 7! Nein! Das ist wirklich nie! Das ist toll! Darkling. Ah, nice. Okay. So, man kann es 5. Also ganz ehrlich gesagt, wahrscheinlich bringt es gar nichts, die sich aufzusparen. Ja, also kann man einfach alles darbringen. Nice. Alle, wir deppelabt, geil. also als nächstes machen wir hier als nächstes machen wir diese Aufgabe, aber in der nächsten Folge wir sehen uns beim nächsten Mal